Länger überleben ab jetzt. Nee, Digi. Okay, wer überlebt länger? Dann lass mal nächste Runde machen. Nö, nö. Okay. Also ohne tödliche Sachen, du hast... Yep. Ohne tödliche Sachen. Oh mein Gott, ich hab den Tomatenkopf gefunden. Hast du's verstanden? Ich bringe Gegner mit, der ist auf meinem Auto drauf. Also ohne tödliche Sachen, ne? Ihr habt es beide, oder? Habt ihr's? Ja, ja. Das ist jetzt... eher passiv, dass hier ein Bot ist, oder sowas. Ist das ein Bot, oder was ist das hier? Nein, das ist ein Bot. Ja, aber das ist jetzt auch nicht so der optimalen Ort, wo ich gelandet bin, aber... Ich hab auch nicht damit gerechnet, dass wir jetzt... Ähm... Bei mir sind zwei Autos und die schießen auf mich, Leute. Was macht man dagegen? Laufen, oder? Einfach dödödödü. Leute, hier schießt einer auf mich. Man läuft einfach. Leute, hier sind... also hier sind mehrere Leute, die auf mich schießen. Ja... Du, ich fühl das komplett, Digi. Ich versuche in sein Auto reinzusteigen. Ich bin in seinem Auto drin. Okay. Ich hab deren Auto geklaut! Ey, guck mal her, Jonas! Was? Pass auf, hier links, also Richtung Süden, Osten, da sind welche. Ey, ist das geil. Das Auto war auf dem Dach, dann sind alle ausgestiegen. Warte mal, hier ist einer drin! Steig ein, steig ein, steig ein, steig ein, steig ein. Das überlebe ich nicht, überlebe ich nicht. Komm her, komm her. Hallo, nicht Team. Da ist einer drin, Philipp, da ist einer drin. Wir fahren hier zu Kevin. Was? Ja, versuch mal. Wo ist der? Ich kann das nicht sehen. Hinten rechts. Oder meinst du Kevin? Ey, Kevin. Leute, wie ist das Auto? Ich bin auf dem Wasser. Ist er jetzt unsympathisch? Überleben bin ich, der macht den Wagen kaputt. Ist da oben ein Jumphead oder so? Ja, versuch ich auch grad zu ermitteln. Der ist raus, der ist raus, fahr weiter, fahr weiter. Der ist rausgegangen, wir sind alleine im Auto jetzt. Können ganz entspannt fahren. Lass auf das Jumphead oben auf, weil das Auto wird ihn lange überleben. Ich hab auch noch geteamed laut. Oh fuck. Da kommt Auto. Ey, es liegt. Wo's gehen wir denn? Ab da unten ganz. Ich werd abgeschossen, Digga. Wie sieht das eigentlich mit Aktenkoffer aus? Ich werd gerade auch schon nach Autos. Aktenkoffer auch nicht, oder? Nee, nee. Gar nix, was so scharf machen. Bots rekrutieren, wie sieht's damit aus? Negativ. Kevin hat schon zwei Bots gekauft. Ich hab mich jetzt erstmal schön hingesetzt hier. In den Botsch. Aber was machst du jetzt hier bei mir, wenn du gejagdst? Oh Gott. Tschüss. Mach ich mal weiter, ne? Das ist mir ein bisschen zu heikel hier. Oh, hier wird aktiv geshootet aus Philips Richtung. Alter, hier wird richtig auf mich geshootet. Shootwit. Oh ja, Schildcrack schonmal. Du 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 du. Komm gleich Sound abspielen. Du 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 du. Nixer, Alter. Nixer. Ah. Oh die. Ich seh das auf der Karte, sie wollen dich aber ganz krank. Ich glaub hier wird so richtig saftig was abgespielt. Richtiger Soundtrack. Aber Glückwunsch zu Level 100 Bruns. Aha danke. Guck mal Zeit. Guck mal, Kevin, du musst einfach diese Karte verfolgen, wenn du grad sicher bist. Ja, ich weiß. Das ist so unlustig, Alter. Na, fährst du im Kreis? Jetzt wird die von da hin abgeschoben. Jetzt ist er noch ein Seefettig machen, oder was? Ja, bei mir macht sie düdüdü. Ich wurde so gesandwiched, Alter. He's out. He's completely fucked up. Ich wurde so gesand, das ist auch frech mit diesem Jahr, Alter. He's completely fucked up. Ja, hier füllt sich langsam. Hier füllt sich's bei der Insel. Die mit der Marke kommen auch hier rüber, okay. Du solltest vielleicht deine Möbe holen, oder? Ja, ich würde dann so ein bisschen reingehen, dann tatsächlich. Nee, tatsächlich nicht. Du, das wär ja Spielverzerrung. Wo ist Kevin eigentlich? Kevin ist nur außerhalb, okay. Nee, wär's dann nicht. Also, ihr könnt ja weiter die Challenge machen und ich besorge uns ein paar Kills. Nee, das wär ja Spielverzerrung quasi, in dem Sinne. Nee, ey, Mann, wie weit ist das? Muss ich fahren, Junge? Oh, das geht aber dir. Ich denke, was ist das für eine Zone, einfach wie sie... Einfach im Wasser, ich muss jetzt erst mal schwimmen hier irgendwie. Was ist das Take with Maudu? Ach, du Scheiße. Ich muss irgendwie zu dem Busch hier vorne kommen. Oh. Oh, shit. Oh, sieht gar nicht gut aus. Als ob die den hier sehen. Der Freak. Der irgendwie seh's hier gerade aus meinem Busch. Er schwimmt einfach. Du kommst jetzt aber nicht hier mit rein, oder? Mach den Busch kaputt. Mach dich vorher unsichtbar, bevor du hier reinkommst. Alles klar. Alles klar? Okay. Hä? Warte mal. Hast du nicht die Gleichfläche genommen? Geh in den Busch rein, damit irgendwas steht. Ich laufe schon mal zum nächsten Busch. Oh Gott. Hinten am Ufer. Ich setz mich irgendwo unter die Treppe im Haus hier. Einfach hinten am Ufer setzen. Im Wasser. In der Ecke. Gold mitnehmen hier. So viel Zeit muss sein. Das ist ein Überfall. Noch voll hier, Kevin. Eben noch voll hier, noch ein Automaten. Nee, du nimmst jetzt kein Medikit ein. Oh Gott. Okay. Oh Gott. Ich hätte mich noch am Automaten voll gemacht. Auto unsichtbar. Ich bin raus. Digga, ich kann die Shockwavegranate nicht einsetzen. What the freak, Alter. Ja, Moisy. Mach unsichtbar. Digga, ich konnte die Shockwavegranate nicht einsetzen für 5 Sekunden oder so. Oh, der will dich. Geh in die Toilette, Mann. Schade. Ja, ja, gewonnen. Huh. Das war wirklich frech, dass ich nicht einsetzen konnte, die Kacke. dybde. Ja, ich war's.